das quest system in new world die letzten die letzte zeit einiges bei rausgeholt mir das ganze mal angeschaut ich würde sagen wir springen mal kurz ins spiel rein da kannst dir das ganze auch mal ganz grob angucken und kriegst einfach mal einen eindruck wie funktioniert was hat es zu bieten und ob es deins ist oder ob es nicht deins ist wir springen wir ganz kurz ins spiel also ich bin jetzt hier bei dem fraktionsleiter in einem bestimmten ort pass mal auf ich bin quasi beim anfang des spiels da sah die karte so aus also weiß ohne jegliche fraktion bin ich hier rausgekommen in diesem ort statt windkreis und in dieser stadt windkreis stehen unter anderem fraktionsleiter hier ich habe mich halt entschieden für das syndikat hinten in der kirche steht der von der anderen fraktion und marauder stehen oder marauder stehen auch noch hier in der gegend wenn du dann da dran gehst dann ist er quasi das missionsterminal für diese fraktion du kannst hier syndikat marken sammeln und für diese syndikat marken du siehst du kannst bis zu 3000 auf einmal haben da kannst du dir hier belohnungen kaufen je nachdem wie viele marken du hast zusammen natürlich auch noch mit gold da sind die einige platzhalter drin das ist klar da steigt dein titel je höher du in der fraktion voranschreitest mit deinem ruf und hier zum beispiel kannst du dir die hose des syndikats agenten kaufen die haben dann immer noch einmal einen sockel und einmal verderbten schutz das ist natürlich so dass die die basic ausstattung sage ich jetzt mal zu anfang gibt es auch in der handschuh variante dann das klassische beil das besagte übermächtige beil aktuell noch aktuell die beste waffe aus zumindest meiner sicht die beste und einfachste waffe weil sie nahkampf als auch fernkampfwaffe ist die keinerlei munition braucht aber das nur nebenbei kannst ja auch eine muskete kaufen aktuell gibt es noch keine pistolen und natürlich auch einen as of stab also das ist der hintergrund hier von diesem kleinen ich sag mal shop ansonsten sammelt natürlich auch xp wenn du dir darauf zeigt die quest läuft gerade bei mir da siehst du wie weit weg ist das war ganz gut kannst du einschätzen wie lange dafür brauchst dann wie viele marken du dafür kriegst dann wie viel gold du dafür kriegst wie viel gebietshof und wie viel erfahrungspunkte das ist die obere reihe die spvp und davon gibt es unendlich also wenn du die abgeschlossen hast klickst du dann einfach drauf wir machen das mal live und direkt die da oben steht completed ist abgeschlossen und schon geht der ruf nach oben und auch hier der gebietseinfluss geht nach oben also du du trägst darf mit deinem pvp pve missions abschließen trägst du aktiv dazu bei dass der gebietseinfluss sich verbessert jetzt kannst du ja auch ein bären in der kratz fels hülle weghauen so angenommen die todes mission unten drunter gibt es dann die klassische pvp variante weil das spiel soll ja später mal einen gewissen ausdrücklich einen bereich bieten einmal pve und einmal pvp bislang habe ich im spiel noch keinerlei zwangs pvp entdeckt was heißt zwangs pvp das heißt wenn ich irgendwo auf einer pve missionen durch die welt laufe kommen irgendwelche spieler schießen mich ab und killen mich und bluten mich vielleicht auch noch obwohl es gar nicht will sowas gibt es hier bis jetzt noch nicht also du musst dich aktiv flaggen für pvp aber das ist ein anderes thema jedenfalls du könntest hier also pvp missionen annehmen und jetzt wir beachten den reward ich kann im moment noch nicht einschätzen wie viel schwerer pvp missionen sind ich kann mir nicht vorstellen dass sie so viel schwerer sind zumal es ja hier guck mal eine lieferung nach klagenthal gibt wenn ich natürlich als pvp gefleckt 5,6 kilometer weit laufen muss es gibt hier keine keine mounts du musst ja laufen oder rennen dann kann es natürlich als spießroutenlauf sich herausstellen und dann ist vielleicht die der reward von 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 525 syndikats münzen oder marken gerechtfertigt und 12.000 ep zu vergleichen sind hier die die eps von pve zu pvp und auch syndikats münzen ist alles ein bisschen höher wenn du pvp betreibst ich denke mal es soll einen anreiz geben auch pv elern mal eine pvp mission zu machen ich vermute einfach dass du einfach den klassischen anreiz kriegst hier 60 marken da fünfhundert 25 marken da kriegst du knappe 300 taler hier kriegst du halt 30 also zehnfache an talern den gebietsruf kriegst du deutlich weniger ok also gebietsruf steigerst du mit den pve missionen definitiv kriegst du ungefähr das dreifache bei pve und aber erfahrungspunkte für deinen charakter kriegst du sechsfache ganz grob überschlagen in welchem gleichgewicht es steht müssen wir vielleicht mal noch rausfinden wir haben ein paar tage zeit sechs tage haben wir noch ungefähr wird man sehen also das waren die fraktions missionen die sind dann auch in deinem quest log unter fraktions missionen drei stück die kannst du dann anheften als dass die aktiv verfolgt werden lustige übersetzung mit hutzelige das sind quasi zombies die halt verschrumpelt sind aber ist ja alles alles auch am anfang weit am anfang da siehst du jetzt auch überall ui platz placeholder und so weiter platz halt da drin ja und wenn du dann raus zoom ist dann hast du bären erschlagen also sind die fraktions missionen die du so angezeigt kriegst das sind tägliche missionen da gibt es da jeweils mal hin pass mal auf also es gibt erst mal die fraktions mission das war jetzt mal punkt 1 was gibt es noch es gibt haufenweise missionen sorry fürs unnötig einblenden von steam das mal irgendwie abschalten lass mich kurz überlegen wo ich denn dieses schicke brett finde ich meine das wäre da oben rechts vom gasthaus da ist ein gasthaus gasthaus übrigens schnellreise dort landest du dann immer mit ein cooldown von 30 minuten kostenloses reisen hier statt projekt übersicht da kannst du die stadt sinngemäß durch erledigen von missionen vorwärts bringen schneidertisch auf rand 3 aufrüsten so das heißt wenn du hier diese missionen machst und abschließt dann geht hier der balken nach oben und genauso auf der anderen seite vorbereitung auf kriege verteidigung et cetera musst du halt zum beispiel 300 fasern besorgen 10 huthähne also alles dinge die du wenn du durch die welt läufst eigentlich sowieso machst und ich sag mal für bei truthähnen kriegst zum beispiel pro tutan sieben federn damit kannst du wieder einen haufen pfeile bauen also du machst diese quests nicht zusätzlich mit einem zusätzlichen zeitaufwand sondern du musst sowieso um craften zu können truthähne erlegen dann fällt beim tutan hier zum beispiel tutan jagd habe ich gestern gemacht dann fällt aus jedem tutan nicht nur die federn und sonstiges klassisches crafting material ab sondern halt für diese mission noch so ein in papier eingepackter oben verschnürter tutan ein ganzer tutan den du halt dann damit quasi zurückbringst und wenn du es dann abgeschlossen hast kannst du hier die mission dann abgeben hier drüben zum beispiel der completed 100 rohleder dafür brauchst du zum beispiel nur einen bison aktuell wenn du den bison erlegst es gibt richtig große schön gemachte bisons da fallen schon 110 rohleder aus einem bison ab ob es später so bleibt im spiel weiß ich nicht auf jeden fall hier kannst du beim draufklicken und schon hast du dann das ziel erfüllt genauso wie 100 bauholz holz brauchst du um pfeile und was weiß ich was alles zu machen haufenweise jage truthähne hier du musst da zehn da fünf jagen so kannst du sinngemäß hier die stadt voranbringen einfach nur durchs abarbeiten in anführungsstrichen von den diesen quests die aber sowieso gemacht werden müssten wie gesagt weil du sowieso holz fällst ich sag mal ein großer baum da klopfst du ungefähr wenn es viel ist 15 sekunden lang dran rum dann fallen 70 bis 90 holz aus dem dicken baum ab also nach anderthalb bäumen ist die mission erledigt wenn du dann wieder mal irgendwann hier reinkommst in den ort klickst du da drauf als mission abgeschlossen so wie gerade eben und schon ist die mission abgeschlossen also es ist kein zusätzlicher zeitaufwand sondern du machst die sachen sowieso um die sachen kraften zu können also auch das sind missionen die dir dann auch ep bringen und ansonsten hast du da müssen wir gerade mal kurz runterlaufen noch missionen von einzelnen questgebern hier ist zum beispiel die marauder ähm fraktion da hinten also das ist hier jetzt der questmarker überlebenskünstlerin karsatin bäm 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 und schon mission abgeschlossen also das grüne symbol eben über ihrem kopf hieß dass man die mission abschließen kann und schon gibt sie dir quasi die nächste klassische mission ähm schwupp was dich auch alles voranbringt das heißt ziele der haupthandlung also kannst du mal gucken was will ich machen will ich jetzt heute die haupthandlung machen dass du vorankommst äh in der in der story line auch mit deinem charakter an sich ähm werkmeisterin petrovski zum beispiel so und dann hast du nämlich hier oben schon 1,64 kilometer ähm die ansicht halte dich von offenem feuer fern oder hier zum beispiel blöcke errichten 50 stein blöcke oder zur ruhe gelegt ähm jetzt gucke ich mal noch ganz kurz tagebuch also hier sind deine quests j tagebuch ähm view map gehst du drauf und siehst gleich dass mutti also hier oben ist in dieser siedlung und da könntest du das dann abgeben kannst du ein bisschen rauszoomen und siehst okay ist in feindlichem gebiet ähm was grundsätzlich nicht schlimm sein muss solange du nicht pvp mäßig geflaggt bist kannst du hier in ruhe durchlaufen würdet du vorher beim vor vorbeigehen so dass du dir diese diese fast travel punkte holen kannst wenn du da oben angekommen bist und musst wieder da runter dann kannst du hier per fast travel zurückreisen weil ich sag mal da hoch zu laufen wieder zurück zu laufen nimmt schon ordentlich zeit in anspruch siehst du jetzt wachsen hier auch die verderbten langsam das war bis vor bis gestern war das noch nicht so gestern war ja gar nichts hier ist jetzt ein verderbter monolith ähm und je mehr das ganze wächst äh desto größer ist die gefahr einer invasion auf ganz normale ortschaften wie das hier zum beispiel oder die daneben liegende je nachdem äh sorry verderbte eiferer haben einen riesigen uralten monolithen ausgegraben der die verderbnis über aeternum verbreitet empfohlen schufe 25 empfohlene gruppengröße 5 also es ist quasi eine art offener dungeon das sag ich jetzt einfach mal so da steht ein verbessterter monolith den du alt das sind einfach dinge die du entdeckst wenn du durch die landschaft läufst wir waren ja gestern mal ein bisschen unterwegs also soll dir einen kleinen überblick geben ähm wie hier das missionssystem funktioniert ähm ich sag mal wie gesagt diese nebenher laufenden missionen pass mal auf stadtprojekt zehn truthähne drei spannriemen aus kisten und so weiter das sind dinge die laufen sowieso nebenher auf den ersten moment sieht es halt ich sag jetzt mal blöd aus mit ähm jage zehn truthähne denkst du so oh mein gott irgendwelche quests die wieder mal irgendwo aus uralten mmopgs stammen mit erschlage zehn monster davon dachte ich auch erst aber wie gesagt 100 bauholz das sind alles sachen die du sowieso abbaust oder vorhin diese 100 fälle das sind alles dinge die du sowieso machst und bei den truthähnen fällt halt wie gesagt noch ein truthahn mit raus den du dann einfach damit abgibst und du verlierst ja von deinen von deinen ressourcen in dem sinne nix ähm fraktionsmissionen haben wir uns auch vorhin angeguckt da musst du einfach monster töten das also fraktionsmissionen da ist so ein punkt habe ich gestern festgestellt das kann ähm mittelfristig zäh werden weil du quasi hier okay drei tarot karten wenn du unterwegs bist und und äh lootest sachen du musst aber halt im gebiet der fondplantage sein um die quest erledigen zu können ähm erschlagenen bären das ist halt ein großer bär hier in der in der höhle ein grizzlybär ähm und das sind ja quests die sind also quasi fortlaufend und wenn du dann deine fraktion natürlich voranbringen möchtest dann ist es schon sinnvoll dass du auch diese quests machst es sind aber alles eigentlich alles dinge nicht zum grinden sondern die die nebenher laufen weil du kommst dann durch die region sowieso durch weil du zum beispiel irgendwo eine quest machst mit deinen leuten und wenn du grad durch die das gebiet ähm durchläufst dann musst du halt mal 10 hutzelige weg machen außer natürlich du willst fraktionsmissionen grinden dann musst du halt von spot zu spot laufen die aber extrem weit auseinander liegen warte mal das muss ich kurz mal zeigen das ist hier das schnellreisesystem sehr cool gemacht irgendwie Leute lösen sich da aufschreienderweise schon beeindruckend also jedenfalls hier ist fraktionsmission dann musst du da hochlaufen da liegen sie ausnahmsweise mal beide nebeneinander also es ist random mäßig wie du die annimmst die können auch völlig verteilt liegen sodass ich empfehlen würde dass man die halt macht wenn du sowieso grad mit der main story da vorbeiläufst etc. etc. das soll mal auf die schnelle einen Überblick über das ähm questsystem über das aktuelle questsystem 2020 gewesen sein ähm von new world ich bin sehr gespannt was sie da noch einbauen dass es nicht schnell grindig wird und nicht schnell in Anführungsstrichen öde wird ähm da bin ich sehr 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 gespannt es bietet es bietet allerdings sehr sehr viel Potenzial was natürlich gesagt werden muss ist wenn du jetzt deine Fraktionen voranbringst durch ich sag jetzt mal wochenlanges das abschließen dieser Missionen ähm und du auch noch das Stadtprojekt voranbringst sodass deine Stadt in der du aktuell sehr viel craftest wo du dein Haus vielleicht hast es gibt ja auch Housing hier ähm und du machst es alles steckst da sehr viel Zeit auch Ressourcen rein kriegst du natürlich deine XP und auch dein Geld das ist kein Thema ähm musst du aber wissen dass wenn zum Beispiel die Marauder dieses Gebiet hier einnehmen dann ist all das was du hier gemacht hast hinfällig weil dann nämlich das im Besitz der Marauder ist und dann ändern sich quasi die Regeln müssen wir mal abwarten wie sich das Ganze verändert ich denke so was muss man auch mal erleben was sich dann wirklich ändert also die Gefahr besteht dass dann natürlich dieses diese ganze florierende Stadt mehr oder weniger zurückgesetzt wird ähm um dann wieder gelevelt zu werden das wird interessant das soll es erstmal gewesen sein wenn du Fragen hast zum Spiel dann komm gerne auf twitch.tv slash callexis wir sind jetzt aktuell bis zum 4.9. von 13 bis 21 Uhr in einem New World Preview Marathon voll Gas unterwegs dass wir das meiste für euch da rausholen ähm oder schreibt mir einfach gerne unter das Video einen Kommentar äh und stell da deine Fragen und deine Gedanken würde mich sehr interessieren wie deine Erfahrung ist falls du es spielst ähm apropos spielen ich wurde gefragt kann ich spielen kann ich nicht mitspielen du kannst mitspielen du kannst dir auf Steam dieses Spiel kaufen New World musst aber wissen dass ab dem 4.9. das ist der letzte Spieltag von dieser Preview erstmal für längere Zeit kein Spielen mehr möglich ist also es wird dann irgendwann vielleicht eine Beta geben wenn du dich dafür noch anmeldest und dafür auch noch dann genommen wirst und dann kommt es vielleicht so wie es aktuell aussieht im Mai oder Juni 2021 raus das nur im Hinterkopf zu bewahren wir haben auch noch eine Verlosung laufen bis zum 4.9. von einmal Deluxe Edition ähm von New World kannst du auch gerne daran teilnehmen bei uns im Channel mit Ausrufezeichen Verlosung wenn du Follower oder Subscriber bist hab einen wunderschönen Tag und gerne bis bald wieder Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal